Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Rise of Kingdoms. Viel Spaß! Okay, wir sind mal wieder bei Rise of Kingdoms. Schon lange nicht mehr gehabt, weil da kam immer die eine Sicherheitsfrage und ich konnte die nicht, also ich konnte sie wieder anbauen. Aber, immer wenn ich drauf gedrückt habe, stand da vom Weg, dass ich sie falsch beantwortet habe. Deswegen musste ich jedes Mal, wenn Rise of Kingdoms kam, die letzte Male, es abbrechen und ein neues Spiel nehmen. Gut. Dann fangen wir sofort an hier. Weil wir das ja schon so lange nicht mehr gespielt haben. Wird anscheinend schon ein paar Mal angegriffen. Schauen wir mal. System. Vielleicht reicht das Problem ja auch wieder, wenn die Sicherheitsfrage kommt. Die kommt ja immer so nach 10 Minuten. So schnell es geht alles Einsamem, was da ist. ok was macht da beanspruchen anspruch es ist nichts mehr beitritt so kommen immer gut im bündnis drin ist zu sein auch wenn man nicht viel macht für ein bündnis, aber nicht vorteil da ist noch was ok 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 Das war's für heute. Ah, jetzt habe ich nichts mehr. Ist auch doof. Naja, egal. Verzweiß, verzweiß. Ach, los. Okay. Ach, da habe ich vergessen. Die Regeln durchzulesen. Okay. 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 ok ok sop so das müssen wir bauen aufwärtend drei minuten wird gemacht forschen jetzt habe ich noch gar nicht da auf 10 voll voll hier ist ja noch nicht voll ja gut hier haben wir noch kampagnen erst mal die ganzen truhen einsammeln so alle eingesammelt nach genau ist die schau gleich mal nach herausforderung einkauf ist der schockte da ich kann nicht einkaufen was machen wir jetzt so gehen wir erstmal auf kommandant habe ich noch einen kommandant nicht aufschauen noch nicht Queen by title, but in deeds, a king. Eins. König. Das geht bei ihr nicht mehr weiter. Babantruppe. Ach, da habe ich Level 1 genommen. Oh, hier ist ein Geschenk. Rambock. Noch mehr Geschenke hier? Ich bin in einem Königreich drin. Mist. Ich muss wieder 1% mehr sammeln. Das ist rosten. Sammeln, 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 rekrutieren. Großer Arzt, also ich muss noch Einheiten heilen. Öffne Schicksal. Ist es schon wieder soweit? Bestätigen. System. Wandspruch. Löschen, löschen, löschen. Fertig mit. Ah. Eine Minute. Hm. Scheint schnell zu gehen. Ähm. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Bündnis. Hilfen. Ich kann nicht spenden. Warum? Bündnis. Verse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir die Dailies hier weitermachen. Sammeln, sammeln, sammeln. Wir haben doch hier noch normal, genau das hier, verwenden. 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 Den hier noch. Oh, wie viel waren das? Wie viel hätte ich nehmen müssen? Drei. Fünf. Jetzt noch vier. Ach, da habe ich kein Holz. Okay. Dann... Kaffee in den... Was station geht nicht? Das sind fünf... Müssen wir... Zwei Stück noch. Aber hier... Eins... Zwei... Ach, dann machen wir den komplett fertig. Sind hier nur noch 300. Und weiter geht's nicht. Und weiter geht's nicht. Und weiter geht's nicht. So. Kann ich bei der anderen nicht machen. So. Haben wir gemacht. Bist du was sammeln? Steine. Und... Und... Nahrung. Machen wir jetzt mal hier die Nahrung. Sie wird mir vorgeschlagen. Nun war... Sacral of you. Ein harter Kampf. Alter Kampf ist gut. Oh. Nein. Scheibenkleister. Ging zwei Barbaren. Das Gute ist... Naja, eigentlich nicht gut, aber... Wie haben wir jetzt so das hier voll? Okay. Was können wir noch machen? Ähm... Ja. Probieren zu werden. Sommeln. Rekrutieren machen wir gerade. Hallen machen wir auch gerade. Wir müssen noch... 4 Schicksalstrone öffnen. Eins... Warte mal nochmal kurz. Warte mal nochmal kurz. Ähm... Was müssen wir noch machen? Gelegen. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 4. 3. 2. 3. 1. sind vorbei das geht nicht da sind vorbei das dauert aber dann noch probieren sammeln und stein okay es war immer steine sammeln in der wild muss gehen steine dann haben wir das alles fertig was wir machen können schon alles durch sind vorbei sind vorbei und dabei ist vorbei bei den beiden auch und den können wir gar nicht machen weil die händler ist nicht da so ein ist also die besagt wo hier schon länger mit zehn minuten ist gut die sicherheitsfrage kommt gar nicht ist ja hier nichts dann gut 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 ach genau was ist das hier da herausforder die zwei rote punkte noch ok ich habe gewonnen damit habe ich noch nicht gerechnet ich glaube das ich bin 1500 ja ich hab sowieso alles fertig jetzt da ist auch nichts hier haben wir da ist noch eine 3 beansprucht ich weiß über ich ich habe ich 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 dann sage ich mal was die gold truhen können wir ja auch öffnen bis auf 1 und die letzte den einwurtiger dalass städtigen öffnen bestätigen kommandeure fangen wir mal bei den unteren an unser neuer könig der auferlort er hat eine fähigkeit vergeben sie hat ein talent er hat eine fähigkeit gut das wärs bündnis dreimal helfen dabei 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 und die ist nicht da ich glaube nicht gut dann war es das für heute bestätigen ich sage mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten wieder dabei seid bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal